So Leute, heute zeige ich euch einen kleinen, lustigen Effekt von mir aus gesehen bei Minecraft. Dafür müsst ihr halt einmal, zweimal, dreimal, ja genau, dreimal auf die F-Taste drücken, den Fliegemodus ausschalten und einfach nach unten gucken. Passt auf euch am Boden, jetzt. Nochmal. Jetzt. Gleich. Diese lustige Effekte, der ist so lustig. Nur mal sie so, Moment mal, so. Das ist die an einem kleinen Dach. Und damit haben wir Zeit mehr größer. Und es gibt sich diese Effekte. Ja, das war es so, eigentlich schon. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.